Hallo, mein Name ist Sascha Haseloff, bin der Kreativdirektor der Econo Academy und bin Vater von zwei gesunden Kindern. Leider Gottes haben nicht alle Eltern das Glück, zwei gesunde Kinder bzw. gesunde Kinder auf die Welt gebracht zu haben. Es gibt Kinder, die mit Gehbehinderungen oder überhaupt mit körperlich eingeschränkten Behinderungen auf die Welt gekommen sind und genau aus diesem Grund liegt mir das Projekt Marionette sehr am Herzen, hier ein Teil dafür beitragen zu können, diesen Eltern, aber vor allem voran diesen Kindern ein Stück weit mitzuhelfen, ihre Motorik zu unterstützen, um einfach auch mit ihrer täglichen Behinderung besser klarkommen zu können. Projekt Marionette, ihr findet alle Informationen dazu im Internet unter www.projektmarionette.com und ich möchte an dieser Stelle natürlich auch aufrufen mit Spenden, mit Likes und einfach auch mit eurem Dasein, mit eurer Unterstützung auch diesem Projekt ein Stück die Wichtigkeit zu geben, wie ich finde, wie ihr es verdient habt.